Musik Es macht halt schon sehr viel Spass, wenn man alles sieht, alle Tore und die ganze Läufer. Es ist einfach viel sicherer. Ein paar Schlüsselstellen wurden mir noch erklärt und dann werde ich mal schauen, ob ich diese finde. Sobald man den Helm auf hat und den Startnummer um hat, ist man Rennfahrer. Und um das geht es heute auch. Das ist ein Rennen, das hast du ja auch. Aber bei diesen Bedingungen macht es natürlich doppelt Spass. Ich habe alles im Griff, so wie eigentlich jedes Jahr. Es läuft alles super. Eine Überraschung sei es, sage ich mal. Aber ich bin gespannt und freue mich jetzt seit zwei Jahren wieder mal auf den langen Schiss zu stehen. Ich habe mit Carlo gestern noch geredet. Er ist da noch nicht so ganz local. Noch nicht, hat er gesagt. Der erste Eindruck gefällt es ihm so gut, dass er sicher wieder zurückkommt und dann wird er gefährlich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020